moin ich möchte mit dir ein spiel spielen ja und zwar landwirtschaftssimulator 15 und ich war voller eifer und habe hier mal spontan noch mal zwei bäume gefällt bevor wir uns dann ich glaube das schaffen wir noch in der folge uns um unser feld noch kümmern denn ich denke mal unser helferlein der müsste bald fertig sein mit dem grubbern und wir werden doch mal eben diese zwei bäume mal eben verkaufen ja viele sagen bestimmt jetzt da ist das langweilig mit den bäumen aber ich möchte euch gerne mal die verschiedenen facetten zeigen was das spiel zu bieten hat und das ist eins davon und der baum ist ziemlich schwer und deswegen müssen wir immer ganz schnell um die ecke bringen lala so na das gab 5000 nicht schlecht wollen wir denn den online stumpen du haben wir ihn versuchen ich jetzt mal das so zu machen da muss man wirklich auf einer anderen perspektive muss man das machen das das ist ein bisschen blöd für euch in der in der fahrerkabine gezeugt wie man das macht aber da müssen wir dazu machen so verkaufen perfekt ja 240.000 euro kostet uns wenn wir die bga kaufen wollen das ist eine menge holz was wir noch verkaufen müssen deswegen weiß ich nicht wann wir damit anfangen 240.000 euro muss man mal eben aber jetzt habe ich hier noch äste dran naja ist ja mal verkaufen wir mit funzt schon irgendwie ich hoffe ich nehme die uns den den baumstamm so an hier läuft so komm und dann haben wir auch den Baum entsorgt sag ich mal so jetzt schauen wir mal eben wie weit der ist oh ja das dauert noch das dauert noch frag mich wo hier Wald ist in dieser auf dieser Map Wald ist hier nicht viel hm 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 da haben wir noch ein paar Bäume vielleicht nehmen wir noch einen Baum vor nehmen wir uns noch einen Baum vor ein Baum geht noch ein Baum geht noch so aussteigen bitte also ich schaufe den Trecker wir sind bestimmt noch irgendwo äste sag ich doch so machen wir den hier mal in der Mitte durch et voilà da c Ach nee, machen wir so. Jetzt die Kühe könnten wir eigentlich auch nochmal füttern. Jetzt habe ich genau die Mitte erwischt. Und ich bin genial. Ich bin einfach nur genial. Zack. Komm. Schön, 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 schön. Und... Dann bringen wir dich mal weg. Hmm. 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 Ich versuch das noch mal. Nee. Das läuft nicht. So ist schon besser. So ist schon besser. Bloß wo habe ich hier mein Forest? Das kann ja nicht der Wald sein hier. Diese paar Bräumchen hier. Hm. Da hinten. Aber auch nicht. Schon Spielkartenende. Hm. Gut. Dann kümmern wir uns jetzt erstmal nochmal wieder um unser Feld. Fahren wir da mal eben hin. So. Die Greifzongel können wir hier lassen. Mal eben nochmal die Kühe einmal ein bisschen füttern. Die Kuckus. Ja in die BGA kann man dann auch am Mist und sowas dann reinschaufeln. Bloß 240.000 Euro. Da müssen wir echt viel noch machen. Damit wir das Geld zusammen kriegen. Ich habe mir nämlich eine Menge geliehen. Äh geliehen. Ja. Bei der Bank geliehen. Und. Ich glaube wir sind da auch voll verschuldet schon. Es gibt ein Mod, da kann man mehr Schulden machen. Das wäre eine Idee. Sich das nochmal. Zu holen. Wie kühl. Mehr wollen sie nicht. Gut. Ja. Dann kümmern wir uns jetzt erstmal um das Seehennen. Dann schippen wir das mal Rest hier wieder rein. So. Gras brauchen die noch nicht. Können wir mal gucken in der nächsten Folge. Ne. In der nächsten Folge sind wir noch am Sehen denke ich mal. So. Dann fahren wir mal runter hier. Na. Bist du wohl. Böses Ding. Kuh. Zack. Kuh. Und das Gewicht lassen wir auch hier. Das setzen wir mal hier ganz hinten hin. Manfred, ich stelle hier mal eben ein Gewicht ab. Nicht drüber fallen bitte. So. So. 1600 Liter Milch. Das ist ja nicht viel, ne? So. So Herbert. Bist fertig? Na. Noch nicht ganz. Können wir eigentlich hier noch die Sehmaschine ankuppeln? Das ist ja die Idee. Können wir mit der nämlich, mit dem hier, dem Träger noch. Sehen und mit dem Anderen. Hier haben wir ein Gewicht. Das ist schon mal nicht schlecht. Aber ich glaube, das gehe ich vorne nicht ran, ne? Jetzt hoffe ich, dass das nicht zu schwer ist. Die Maschine. Wenn die hier ran machen. Na. Die ist zu schwer. Seht ihr das? Ja. Das wird nichts. Schade. Dann müssen wir echt warten, bis Herbert da hinten fertig ist mit Grubbern. So. Dann können wir aber ihn hier mal aussteigen, bitte. So. Lässt du mich voll mal durch? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Können wir hier schon mal eine Sehmaschine anhängen? Komm, 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 komm. Stoppen. Ankoppeln bitte. Vollgeladen. Dann können wir ihn nochmal auftanken, hend. Willst du nicht tanken heute, oder was? Na, ich sollte vielleicht mal Gerätewechsel machen. Da. So, mit ihm könnten wir jetzt mal eben das Getreude verkaufen. Hm. So. Entschuldigung. Hm. Jetzt gucken wir mal eben, was, wo, wie am meisten kriegen. So, wir haben Gäste. Ach, Bahnhof. Depot. Deiner. Getreidemühle. Getreidemühle. Okay. Jetzt können wir mal eben gucken. Was hatten wir hier? Verkauf. Bahnhof. I-Informationen. Ne. Neun war das. Karte. Wo wollten wir hin? Getreidemühle. Da blinkert die Getreidemühle. Also bei den Schorfen vorbei. Gut. Ähm. Echt jetzt schon wieder auftanken? Ich dreh ab. Echt. So. Jetzt. Fangen wir mal ein Stückchen zurück. So. Mal laden am Standpunkt. Also jetzt wollen wir mal wieder einen Kurs einfahren. Ähm. Kurs auf Nürnbeginnen. Zack. Ach. Echt jetzt? Das war falsch. Nochmal. Richtig. Jo. Dann fahren wir dann mal zu der Getreidemühle. So. Da hat er auch seine Aufgabe erledigt. Dann können wir ihn nachher nehmen. Und in der nächsten Folge. Wenn wir das. Feld 16. Mal wieder. Erneut. Samen. Besamen. Besehen. Erstellen. Bestellen. So. Jetzt hoffentlich fahre ich richtig. Jo. Jo. Nein. Zug kommt nicht. Ich glaube wir müssen hier reinfahren. Jo. 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 Wie gesagt. Da fahrt ihr einfach nur rüber. Ich lade das jetzt erstmal ab. Aber hier sind noch ein paar Bäume. Aber auch nur so ein Wischiwaschi Zeug da. Und so. Hier rum. Fahren wir am besten hier rum. Fahren wir hier rüber. Wenn er mal nicht komplett abgeladen hat. Dann schmeißt er sich das gleich wieder in Silo. Und dann machen wir eine ruhige Drehung hier. Und. Machen hier. Stopp. Ne. Aufnahme beenden. Dann speichern wir das. Dann schreiben wir Verkauf. Die. Treide. Mühle. Speichern. Dann hat er das. Schon mal. Ist er schon mal geladen. Das. Ähm. Befüllen wollen wir Gerste. Am ersten Wegepunkt soll er starten. Ähm. Wir müssen mal gucken. Wann soll er losfahren. Da hatten wir. Abfahren bei. 100. Abfahrer einstellen. Und dann gucken wir mal ob er. Das macht. So wie ich das möchte. Jetzt lädt er hier. Gerste auf. Und dann fährt er los. Und wir fahren jetzt auch los. Und zwar. Ähm. Mit der. Beendigung dieser Folge. Und. Ähm. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Und. Äh. In der nächsten Folge geht's dann los. Mit dem Bestellen. In des Feldes 16. Alles klar. Bis denn. Tschü tschü. Tschü tschü.